Kannst du dir behalten? Was auch denn eigentlich unsere zwei Leben? Oh ne. Ne, ne. Ach komm. Oh, Gottes Willen. Oh. Ich dachte es wird mich treffen, okay. Okay. Ich glaube das war sogar so geplant, dass man das so macht. So. Okay. Erstmal noch die ganzen Projektile irgendwie aus dem Bild liegen lassen. Brightman. Ähm. Der hat ja ne Kugel auf dem Kopf. Ich würd mal... Drill oder Dust. Vielleicht. Aber Drill... Wir haben mal ein bisschen... Weih. Ne. Das bringt nichts. Toad. Ja. Da haben wir doch. Schöne ist, wir haben jetzt nur noch... sehr wenig... Toad. Aber Toad... Ich schreib mir das grad mal auf, weil dann weiß ich nämlich... Ähm... Ich bin mir hier ein bisschen unsicher, was ich hier geschrieben hab. Weil ich hab das Drill Dust. Eigentlich müsste das ja heißen, dass hier vorne das ist, was ich eingesetzt hab und das war der Gegner. Ich hab das mal... Ich hab das mal hier... Und... Äh... Geek. Weil sonst würde das nämlich keinen Sinn machen. Jetzt hieß es, dass ich hier zweimal gegen Dustman gekämpft. Egal. Also, ähm... Toad... Ist gut gegen... Bright. Und da werd ich nachher auch nochmal bei, ähm... Dustman... Ne, bei Diveman den Dustman probieren. So. Toad. Wir haben aber, glaub ich, noch einen Energietank. Okay, wir haben keinen... Ich versuch einfach mal das. Das bringt auf jeden Fall nicht viel. Pharao mal noch probieren. Oh. Ich hab mich eingefroren, okay. Ja, ich versuch jetzt, ähm... Mit ihmchen hier. Ich... Ich... Er ist jetzt den Energietank ein. Hätten zwar noch ein Leben gehabt, aber ich hab den jetzt so schon runter... Kannst du mal aufhören zu springen? Okay. Puh. Ich dachte gerade, die Cartridge hätte sich aufgehangen. Na gut. Jedenfalls etwas geschafft. You got Flash Stopper. Lila. Alles klar. It's a Flash Stopper. Ähm. Scheiße, ich habe mir den Code nicht aufgeschrieben. Egal. Ist doch nicht so schlimm. Ich habe das ja alles auf Tape. Entschuldigung. Pfeifen auf Mikrofon ist nicht gut. So, jetzt gucken wir mal gerade, wie viel Leben wir noch haben. Wir haben wahrscheinlich eins. Das dauert mir zu lang. Da haben wir doch Instant Death. Ja, schön. Müssen wir jetzt nochmal da hinlaufen? Alter, dann kann ich mir wahrscheinlich das Passwort abschreiben. Das wäre cool, wenn man einfach ein Leben bekommen würde. Wenn man einen Boss geschafft hat. So, dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe eine Linie zu wenig gemacht. A, B, C, D, E, und R. So, dann haben wir ein paar Linien-Genzielen hier. So, da haben wir A1. A4, 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 C5, C5, C6, E3, und F2. Ich weiß nicht, wofür das da unten geht, weil E und F sind immer gleich. Dive-Man. One more time? Hoffentlich stellen wir uns jetzt hier nicht so blöd an. Und dann werde ich dann noch mit dem anderen Man ziemlich viel rumkrakehlen, schätze ich mal. Weil der nicht ganz ohne ist. Aber vielleicht hilft der Live-Man bei dir. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh, die sind mit einem Schuss tot. Die Tür ist safe. Das läuft ja momentan noch ganz gut, aber man soll ja den Tag nicht vorm Abend loben, ne? So, hier war Mr. So, das ging. Das müsste er mir aber jetzt zugeben, das war echt gut. Also bisher war sowieso die Stage sehr gut von mir. Ich wurde, glaube ich, bisher noch nicht getroffen. Ja, da scheißen wir jetzt mal drauf. Ach stimmt, und Mr. Kleiner-Kleiner-Kleiner-Mann kommt ja noch. Wir werden uns was Vernünftiges von dem holen. Ne, Leben will ich nicht. Ich will einen Energietank. Die Frage, wie lange das dauert das, bis wir den bekommen? Ne, der kann's behalten. Einen Billogran will ich nicht haben. Oh! Vielen Dank! Vielen Dank, kleiner Mann. Ging doch schneller, als ich dachte. So, hier kam jetzt der große Springer, ne? Und eine kleine Energie. Das ist ja sehr lieb von dem gewesen. Und hier kam nix. Gab's hier die Augendinger? Oder war das eben bei dem Brightman die Augendinger? Oder bei dem anderen? Augenringe. Ich habe einen neuen Namen für den Gegner. Augenringe. Es waren ja zwei Paar Augen und halt Ringe drumrum. Falls ihr das nicht gesehen habt. Gut. Ah, jetzt kommt hier nochmal der große Fisch. Sehr schön. Halbe Energie haben wir noch. Bisschen mehr als eine halbe. Oh! Vielen Dank! Und noch eine kleine Energie haben wir bekommen. Sehr schön. Warum kommt der von hinten? Das ist totaler Abfuck. Komm, mach an. Ich weiß nicht so ganz, die... man muss echt viel mehr an die rangehen, damit die auslösen. Nein, nicht mehr als das letzte Mal. Warum löst der da oben jetzt aus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich kann ich hier drunter durchgleiten, ja. Gut. Ähm, hier wollte ich jetzt... Wie wollte ich den ausprobieren? Bright. Wir nehmen einfach mal Brightman. Weil wir den jetzt neu bekommen haben. Vielleicht ist der ja besser als Dust. Wenn wir nicht, werden wir einfach Dust benutzen. Dann haben wir noch einen Energietank. Dann haben wir noch einen Energietank. Ne. Ne, ne. 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 Ähm. Wo ist denn der Dust? Warum ist da hier eigentlich so ein Abstand? Abstand! Weil ich finde das sieht so aus, als ob da nix, nicht, nicht noch so einer ... so ne Dings dazwischen passt. Dafür ist ja irgendwie zu wenig Platz aber ... ... egal. D-d-d-di-di-di-di-di! Jaa! Ich wäre jetzt gestorben. Weil der voll in mich reinfährt jetzt. Nein. Ich hab den Faschen. Ich muss doch das Mann ausrüsten. Nein, weil ich zu dumm war. Haben wir denn noch ein Leben? Ja. Aber wir haben kaum noch Dust. Ich hasse den. Der ist so dumm. Okay, der düst schon wieder los. Ähm. Tja. Das Galle ist auch gut bei dem. Verdammte Axt. Scheiße. Dann, ich versuche jetzt, den nochmal zu machen. Mit, ähm, Skull-Man. Also mit, mit, ähm, mit beiden. Mit, äh, Dust und Skull. Dass man da wieder direkt da hinlaufen muss, ne? Ich liebe das ja. Große Energie. Nein, danke. Jedenfalls nicht da unten. Jetzt bin ich ein bisschen... Ähm. Ich habe keine Geduld. Mir fällt das... Ich hatte das letzte Mal schon mal, ne? Ach, dann leck mich doch. Das wäre das Wort dafür nicht ungeduldig. Aber ich weiß nicht, ob ich das gesucht habe. Das Wort.